gut war eine schatzsuche habe jetzt eine halbe stunde da rum gedümpelt damit ich es finde aber ja so in diesem erzdorf war doch der schmied ne oder war der ein erzdorf ne da mittelhain mittelhain war der schmied der uns das hergestellt hatte und ansonsten müssten wir zum oder nicht da ist ein waffenschmied dann war das da schwarzweg ansonsten müssen wir es bei den beiden da bei dem baron probieren willst du etwas kaufen oder zeig mal was ausdauern so ist dann brauchen wir jetzt das geld fürs herstellen wahrscheinlich ich verkaufe das bei dem mal gucken hier haben wir was besseres gekriegt so ist erger lass es bleiben der kommt schon von allein jetzt mit dem regen wo hast du das was denn ich sehe mich wir wollen ja jetzt handwerk so haben wir von dem ding gar kein silberschwert ach der kann das nicht der kann das nicht okay Okay, gut, also müssen wir uns doch an einem anderen, äh, an einen anderen wenden. Okay, kann ich mir hier noch Gold füllen? 23 hat er noch? 24, 19, 24, gibt's da nicht, äh, 17, kann ich noch was anderem an ihm verkaufen? Sattel, aber Sattel braucht man, glaube ich, selber. Dann kriegen wir halt die letzten 10 Gold von dem nicht mehr. Das ist jetzt so. Bis dann. Äh, schade. Also ich will das auf jeden Fall probieren mit der, mit der Greifenschule. Also dass uns das, was irgendjemand jetzt herstellt hier. Ähm, ich glaube wir könnten Glück haben noch bei dem blutigen Baron. Und ansonsten müssen wir in die Stadt. Dann müssen wir nach Novigrad oder Ochsenfurt. Ähm, und hoffen, dass, äh, da uns das jemand herstellen kann. Also da wird's ja bestimmt jemanden geben. Mein Mann hat doch einen tollen Posten, was? Geht mal stark von aus. Aber die, äh, Schatzsuche hat sich echt gelohnt. Also wir haben sehr, sehr viel Gold dadurch gekriegt. Womit hab ich nur verdient, dass du mir... Wieg. So, der kann uns doch bestimmt das anführen. Ich brauch... Der kann Greifenschule herstellen. Aber wir sind ja eh noch Stufe... Wir sind ja eh noch nicht Stufe 11. Aber der kann das herstellen, auf jeden Fall. Ich glaube, ich würde das sogar schon herrschen. Ich würde das sogar schon herrschen. Die Assassinhose ist ja... Also mit Stufe 11 ist die Assassinhose, glaube ich, besser. 350 Vitalität ist die schon wesentlich besser. Nichtsdestotrotz, ich würde die, glaube ich, trotzdem mal einmal herstellen. Du hast einen Gegenstand aus einem Elite-Hexe-Ausrüstungs-Set gefunden. Solche Gegenstände lassen sich verbessern, indem man sie zum Schema zu einem Handwerker bringt. Und man sollte sie behalten. Auch dann, wenn man etwas Besseres findet. Genau, weil wir... Von der Greifenhose gibt's ja dann auch die verbesserte Greifenhose. Wenn wir die, äh... Ähm... Anderen Sachen da finden. Äh... Hier die Assassinhandschuhe. Da... Zwirn. Können wir Zwirn herstellen? Schnurresweide. Zwirn. Alle Teile vorn. Ja, können das herstellen. Die Assassinhandschuhe können wir ja auch erst mit zwölf machen. Wenn wir bis dahin nichts Besseres gefunden haben, dann können wir die auch herstellen. Aber... Erstmal würde ich nur das Greifens-Set herstellen. Und gucken, was wir dafür alles brauchen. 16, 13... Stufe 11 ist hier, ist die Greifenrüstung. Da brauchen wir ein Hemd für. Können wir ein Hemd herstellen? Ne, das müssen wir kaufen. Uh. Okay. Das müssen wir kaufen für 121 Gold. Okay. Krass. Cool. Okay. Greifen muss. Krieger-Lederjacke. Die ist aber auch nicht mehr besser. Stufe 8. Die könnten wir tatsächlich tragen demnächst. Aber ist jetzt auch nicht so viel besser. 24. Stufe 5. Stufe 7. Naja gut, aber es lohnt sich jetzt nicht. So, und hier die Greifen. Okay, was ist das? Handwerk-Zutaten. Monster-Essenz. Okay. Monster-Essenz können wir noch nicht herstellen. Das hat der jetzt auch nicht im Angebot. Leider. Okay, die Schuhe können wir noch nicht. Schade. Aber dann können wir bei dem jetzt auf jeden Fall noch den anderen Kram verkaufen. Ja, nice. Cool. Haben wir auf jeden Fall einige Hexer-Sets jetzt. Also, ein bisschen was an Hexer-Sets. So. Aber der hat das nicht, ne? Mit der Monster-Essenz. Nee. 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 Zusatzinformationen. Naja, okay. Aber vielleicht hat die andere Troller das. Nee, wohl. Was kann ich für dich tun? Die war ja auch recht kompetent. Was verkaufst du? Die Monster-Essenz. Nee. Die hat Scheuklappen und so'n Ding. Kleine Glühfe der Durchdringung. Geisterstaub. Ach. Moment. Lebe wohl. Kann es sein, Monster-Essenz? Kann das Alchemie sein? Beedow, Vitrol. Okay, dafür brauchen wir weiße Möwe für die ganzen Kram hier. Albredow. Das ist Alkohol-Hest. Das ist Alkohol-Hest. Gewährte Immunität gegen Gifte und neutralisiert Gifte, die bereits in der Blutwarn sind. Uuuuuh. Cool. Aber ist jetzt nicht das, was wir brauchen. Dieser Monster-Essenz? Nee. Willst du... Willst du... Willst du... Willst du... Wir haben einiges gesammelt. Ja, ja. Lass mich hier in Ruhe. Zeig mir was. Okay, bei dem waren wir noch gar nicht. Alter, was wird der denn hier für Armberüste, ey? Cool. Hexer-Ausrüstung. Und der hat... Finte. Cool, 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 cool. Und der hat wieder Nilfgaard-Sachen. Ah, diese leere Flasche brauchen wir, glaube ich, auch. Und diesen Kirschlikör. Den Kirschlikör brauchen wir, glaube ich, auch, ne? Boah, 60, ey, pff. Ei, ei, ei. Gar nicht mal so wenig. Ah, verkauf ich dem Kram mal nicht. Okay. Auf Wiedersehen. Hm. Blödi-Blödi. Sag euch. Sag euch, wo die Beute ist. Hahaha, deine Kumpels. Kriegen wir denn jetzt diese Monstern-Sense? Aber gut, wir sind ja eh noch in Level 11. Also von daher haben wir ja noch Zeit. Vielleicht finden wir es ja noch. Ähm, hier haben wir ja auch nur diese Nilfgaard. Okay. Die können wir eh noch nicht verwenden. Den nehmen wir mit. Da können wir bestimmt demnächst auch was cooles draus machen. Tränke nehmen wir alle mit. Und die können wir hier auch reinlegen. Tja, Monster-Essence. Wo bringen wir Monster-Essence her? Das ist hier die Frage. Wenn das einer von euch weiß, gerne Bescheid sagen, ne? Monster-Essence. Wo überlieg gerade? Ja, vielleicht finden wir das ja noch beim Questen irgendwie. Okay. Wollen wir ein bisschen was kippen? Für ein wenig Spaß? Gerne, aber erst morgen. So. Okay. Äh, wir haben ja jetzt auf jeden Fall die Greifenschule gefunden. Wir haben auch alles hergestellt, größtenteils. Bis auf das Schwer... Bis auf die Schwerter. Da müssen wir erst mal einen Waffenschmied finden, der das kann. Das waren ja Rüstungshersteller. Wir brauchen einen Waffenschmied. Aber gut. Äh, wir haben 3000 Gold auf jeden Fall. Das ist schon mal gut. Das ist gut. So. Äh, wir haben einige Nebenquests. Repariere die Schreine. Äh, Monster in ihrem Anwesen. Und dann, ja. Meisterlicher Rüstungsschmied. Okay. Äh, jo. Einige Nebenquests. Hexer-Aufträge haben wir ein paar. Und bei den Schatz-Suchen. Ja, gut. Wir müssen erst mal nach Kermorhen irgendwie kommen dann. Ansonsten, äh... Katzenschule hätten wir noch. In Novigrad. Das ist in Velen. Okay. Greifenschulen, Ausrüstung, Teil 1. Das ist die Verbesserte. Das sind schon die verbesserten Sachen dann. Aber wir können ja noch nicht mal die einfachen tragen mit auf Level 13. Deswegen, äh, macht das wenig Sinn, da jetzt die Sachen zu suchen. Ähm, da würde ich jetzt so sagen, wir machen erst mal Hexer-Aufträge und Nebenquests und müssen erst mal ein bisschen leveln. Äh, dann fürs Leveln ist ja... Hexer-Aufträge machen, glaube ich, erst mal ganz gut. Und dann gucken wir mal... Schlagen wir uns durch die Nebenquests. Machen wir erst mal ein paar Hexer-Aufträge. Wo muss ich hin? Da. Wir haben ja jetzt so einiges zu tun. Na, da. Kriegen wir das auf jeden Fall hin. Mein Mann ist wieder bei dieser Hetze gewesen. Jemand hat meine Puppe gezaubert. Ich sag's auch. Was hast du gemacht? Ein Bären zum Tanz aufgefordert? Puh. Wer ist das? Sei gegrüßt. Was willst du? Die Bekanntmachung wegen Hannah aus den Wäldern, die hast du ausgehängt, nicht? Oh ja, das war ich. Würdest du das machen? Du bist ein Hexer, nicht? Wie aus dem Bilderbuch meiner Oma. Das Monstrum, als da ist eine Beschreibung des Hexers. Ich erinnere mich noch genau daran. Wir fürchten sie. Aber was bedeutet Hannah aus den Wäldern dir? Sprechen wir über die Belohnung. Ja. Also, wie viel verlangst du? Viel. Boah. Okay, das ist ja gut bezahlt. Gehen wir mal hoch hier, wa? 290. Ja, guck mal. Kein Problem für Hannah aus den Wäldern, aber für uns schon. Gehst du mit dem Preis runter? Gut, ja. Mal 275. Kein Problem für Hannah aus den Wäldern, aber für uns schon. Ja, aber hier aber nicht umsonst, ne? Also, was soll denn das? Meinetwegen. Wie du willst. Na gut. Ich kümmere mich darum. Weißt du, ob jemand Hannah aus den Wäldern gesehen hat und mir mehr über sie erzählen kann? Der alte Willem wohl. Aber der wird dir nichts sagen. Sein Herz war schwach. Wir haben ihn heute Morgen auf den Feldern gefunden. Andere Leute trauen sich nachts gar nicht erst raus. Aber du könntest es bei Agnetha versuchen. Die wohnt am Ende des Dorfs. Angeblich hat sie die Erscheinung gesehen. Und ihr ist nichts passiert? Sie wurde nicht verletzt? Agnetha? Die hat schon drei Ehemänner überlebt. Hannah aus den Wäldern wird ihr nichts anhaben. Die Erscheinung, die das Dorf plagt. Angeblich kannst du mir mehr darüber sagen. Oh ja, ich hab sie gesehen, Hannah aus den Wäldern. Mit eigenen Augen. Wie ich dich jetzt sehe, Hexer. Wie hat sie ausgesehen? Möglichst ausführlich, bitte. Um die Wahrheit zu sagen, ich hab sie nicht sehr deutlich gesehen. Es dämmerte. Und da war ein fahler Schemen vor mir. Wie ein Nebel. Ich bin näher heran und der Nebel wurde dichter. Und es kam so etwas wie ein Gesicht hervor. Was hast du gemacht? Was glaubst du denn, mein Hübscher? Dass ich warte, bis sich die Erscheinung in ganzer Pracht zeigt? Ich bin zum Dorf gerannt und hab erzählt, was ich gesehen habe. Verstehe. Sie ist dir also in der Dämmerung erschienen. Ein wichtiger Hinweis, danke. Pass auf dich auf. So, bevor wir jetzt weiter machen, lass mich kurz überlegen. Also Dämmerung, Erscheinung. Ähm... 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 Mit... Wie heißen die? Mittags... Mittags, mittags... Blablabla... Ach, Leute... Du wirst nicht mehr so übermütig sein, wenn dir die Männer des Barons den Arsch versollt haben. Warte mal, da war ein Rüstungsschmied. Vielleicht hat der... Du kannst nicht sie... Lass mich in Ruhe. Lass mich einen... Vielleicht hat der Monster... Blödsinn-Dings hier. Oder wenigstens die... Das Schema. Kleine Glyphel, Glyphel, Glyphel. Was ist das? Ein Schettin-Panzer? Ne, das sind nur für die Glyphel. Ne, der hat auch nix für die Monster-Sims. Dummdi-Dumm-Doof. Okay. Schade. Ich hatte gedacht. Bis dann. Ich hatte etwas Hoffnung. Aber dann nicht. Dann lass mich vorbei. Ich muss hier eine Erscheinung führen. Äh, ich glaube, das ist so eine Mittags... Ähm... Mittags... Ähm... Mittagsgedöns. Hier ist eine Frau entlang gekommen. Barfuß. Ein Stück Stoff, vielleicht von einem Kleid, ist am Unterholz hängen geblieben. Offenbar ist sie gerannt. Deswegen hat sie sich wohl das Kleid zerrissen. Wurde sie verfolgt? Und du bist der Hexenmann? Der Mutant? Puh. Ich hab schon Interessanteres aus meiner Nase geholt. Aha. Sie ist dem Verfolger nicht entkommen. Er hat sie erstochen oder ihr die Kehle aufgeschlitzt. Seltsam. Er hat das Messer zurückgelassen. Es ist noch Blut daran. Das könnte nützlich sein. Hier hat er die Leiche entlang geschleift. Die Spur ist deutlich. Er hat sie den ganzen Weg bis zum Wald geschleift und hier vergraben. Flaches Grab. Muss in Eile gewesen sein. Da ragt doch was raus. Ein Brief. Offenbar hat ein verschmähter Liebhaber die Frau getötet. Eine Nachterscheinung. Der ältere hat das Mädchen offenbar gekannt. Ich sollte ihn fragen. Ah, okay. Also, äh, Nachterscheinung. Mist. Ich war bei der... Oh, guck mal, ein Deserteur. Wie ein Mann. Sohn einer Ziege. Hör! Zaubert! Der Bastard zaubert! Zack. Zieht auf seine Augen! Was zu... Bäm! Oh, wieder ein bisschen was zum Verkaufen hier. Sehr gut. Cool. Eine Nachterscheinung. Okay. Gut. Ich war auf Mittag, aber... Ja. Schade. Dämmerung. Ich dachte, dass die Sonne dann aufgeht in der Dämmerung halt. Aber die geht dann unter. Also eine Nachterscheinung. Ich bin ja auch noch Hexer in Ausbildung, ne? Dafür habe ich ja Geralt. Wenn mein Mann nicht immer in der Taverne landen würde. Sei gegrüßt. Was willst du? Sula und Bokai. Hast du die gekannt? Sie müssen in diesem Dorf gelebt haben. Gute Götter. Das weißt du? Ist das Hexerei? Die sind beide verschwunden. Einfach so. Wir haben sie seit einer Woche nicht mehr gesehen. Ich fand das Grab des Mädchens und einen Brief. Es ist klar, dass sie Bokai zurückgewiesen hat, weil sie einen anderen liebte. Sula und Ontan, ja. Wir dachten, sie wären nach Norden geflohen, um glücklich zu werden. Bokai ist auch zu dieser Zeit verschwunden. Soll das heißen, dass unsere Sula die Erscheinung ist? Das kann doch nicht sein. Die war so ein gutes Mädchen. Und so hübsch. Weißt du, wo sie sich getroffen haben? Na, genau weiß ich es nicht. Aber die Jungen treffen sich meistens auf der Lichtung hinter den Feldern westlich des Dorfs. Sula, gütige Götter. Also dieser Weiße. Diesen Fluch kann ich nicht brechen. Ich muss die Erscheinung vertreiben. Wenn ich sie eine Weile lang an einen Ort binden kann, habe ich eine Chance. Hier zurück können wir nicht brechen. Okay. Okay. What's so good? What's so good? Oh, wir machen schon ordentlich Damage an. Die sind gar kein Problem. Nice. Da können wir uns jetzt durchschnitzeln. Das ist gut. Da kriegen wir nämlich Alchemie zu fahren. Großfleisch. So, gut. Also Damage machen wir schon mal. Das ist schon mal schön. Schön, immer Pflanzen mitnehmen. Das ist wichtig. Die brauchen wir alle. Wenn wir hier schon unterwegs sind. Ich hätte vielleicht speichern sollen. Aber kriegen wir ihn. Boah, er bleibt ja erstaunlich erspannend, wa? Boah, er ist nicht da. Wie ist das? Oh. Oh. Geist du nicht. Es ist sicher. Oh, ich soll mich. Oh. 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 Oh, das war doch so. Oh. Guys. Oh, 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 das war blöd Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Puh, äh Ausdauerregeneration Ausdauerregeneration Hä, ich hab doch Wir haben doch Schwalbe Oh, nein Oh, nein Äh, jetzt bin ich Oh, genau Jetzt hat er Spaß gemacht Ah! Oh, ein Schlag. Die stand jetzt richtig gut. Nein, ey. Ausgerechnet dann... Ja. Boah, mein Gott. Ausgerechnet dann war die Irdenfalle weg, ey. Boah, war das jetzt so knapp. Das war jetzt richtig knapp. Okay, ich überschreibe nochmal neben hier. Uiuiuiui. Das war richtig knappig. Schlechte Idee. Der hat seinen eigenen Typen abgeschossen. Bap. Juhu. E-Mai-Teil. Immer diese T-Tür. Puh. Alter Falter, ey. Das war jetzt aber schon... Da ist schon ein bisschen gezittert, muss ich sagen, ne? Hat das wart ihr? Mehr war da nicht. Nur diese beiden. Da hiked schon ein bisschen jetzt zittert, muss ich sagen. Das war jetzt, äh, knapper als ihr wollt. Das war scheiße. sei gegrüßt was willst du anna aus den wäldern ist fort ich habe sie besiegt und sie kommt auch nicht wieder nein ich weiß wie man nachterscheinungen endgültig los wird natürlich noch knapp eine belohnung wie vereinbart vielen dank dir meister hexa lebt wohl überhaupt nicht die stufe 8 ja jetzt haben wir den nächsten slot frei das ist dann können wir jetzt das mal rausnehmen und dann können wir das da reinmachen und ich glaube dann können wir hier genau wir können jetzt nämlich das da reinmachen dann kriegen wir nämlich mehr angriffskraft für das da und dann nehmen wir noch eine rote fähigkeit mit drei haben jetzt vier punkte das ist drei von drei wir haben noch den starken an verteidigung diese fähigkeit gehört zu den kern wenn ich größe beim parieren werden pfeile abgelenkt okay damit könnte ich parieren dann leichtfüßigkeit den schaden durch treffer die beim ausweichen halten 100 prozent was macht das denn erhöht den schaden bei starken angriffen um zehn prozent erhöht die chance auf kritische treffer bei starken angriffen um vier prozent und die schaden kritische treffer bei starken angriffen um 25 prozent haben wir hier noch meisterschütze beim zielen mit der armbrust wird die zeit zusätzlich um 50 prozent verlangsamt okay jeder bolzen der sein ziel trifft fügt null was so wieder adrenalin erhöht die chance auf kritische treffer mit einer armbrust okay aber wir haben jetzt nicht so eine krasse armbrust dass ich sagen würde woher würde sich lohnen also wenn ich so ein greif abschieße dann bewegt sich ja gar nichts beim leben entschlossenheit wenn schaden erlitten wird ist der adrenalin verlust um 33 prozent verringert kriegstrans wenn die vitalität auf null sinkt werden sofort adrenalin punkte verbraucht um sie wieder herzustellen die wiederhergestellte menge hängt von der anzahl der verbrauchten adrenalin punkte ab cool unsterblich also wenn wir den strang hier machen da können wir auf jeden fall einiges aushalten beim eintritt in einen kampf wird sofort den adrenalin punkt hinzugefügt erhöht das bei schwert schlägen freigesetzter adrenalin um zehn prozent ja geil ja dann würde ich sagen dann geben wir doch einfach hier gehen wir doch einfach hier noch mal rein erhöht die chance auf kritische treffer bei schnellen angriffen vier prozent okay okay cool hier gucken wir hier kriegen wir ein dreh an so ein wirbel wirkt proportional zu verbrauchten ausdauer zusätzlichen schaden der gegner vertreibung wird ignoriert und die chance auf kritische treffer und sonst wird es erhöht okay cool also den hier sollten wir vielleicht auch noch mal mit den starken angriffen da mache ich ja auch ab und zu noch ein bisschen was das ist die frage ab welchem level kriegen wir das dann in stufe 10 okay und hier wird stufe 9 dann freigeschaltet dann können wir das nämlich hier rüber holen und dann können wir hier aber dann dann lasse ich das den einen punkt jetzt noch vielleicht brauchen wir den noch für irgendwas zeichen intensität okay vitalität auch plus 50 vitalität zeichen intensität okay ist ja erstmal schon mal gut inventar was haben wir denn gekriegt hier gestern das schwert chance auf betäuben stark ist jetzt nicht das ist zwar gut chance auf bluten hat es auch aber unseres hat 35 prozent chance auf bluten das ist natürlich heftig so ein trophäe kriegt chance auf verstümmeln das ist nicht schlecht das haben wir vorher gehabt bonus erfahrung ja der chance auf verstümmeln das natürlich nice das nehmen wir doch mit hexer auftrag hingekriegt so dann haben wir jetzt hier sprich mit dem tonen gewitt lustige witwe und das ding aus dem sumpf haben wir noch ja dann eins nach dem andern so wo ist hier der wegpunkt da oben rechts das ist schon wieder falsch sind wir jetzt schon level ich bin wegen des auftrags hier ihr habt offenbar ein problem werden die gräber geöffnet wenn es nur das wäre da kommen immer wieder üble bestien verschlingen was frisch ist und ziehen dann weiter gerade hat es wieder angefangen ich dachte mir einfach drinnen bleiben nachts und die tür verriegeln aber plötzlich fehlte eins der kinder ist es auf dem friedhof verschwunden nein aus dem dorf so eine kleine rotznase würde nicht alleine herkommen und ich habe in der nacht eine art winseln gehört und du bist nicht rausgegangen und hast nachgesehen glaubst du ich bin blöd wer monster hat braucht einen hexer was für ein vater reden wir über meine belohnung nur ein bisschen zu viel wir werden uns schon einig das weiß ich feilschen ist ebenso eine kunst wie zahlreiche andere künste der preis ist angemessen wenn man das ungetüm bedenkt ich weiß ein bisschen was darüber mal sehen ob ich raus finde was los ist sein unnützes wissen nicht schlecht nicht schlecht ich sollte mir diese gräber trotzdem mal ansehen ich wollte sich überrascht werde ausgegraben aber ohne werkzeug das grab ist vor kurzem aufgewühlt worden aber der verwesungsgeruch ist alt überreif wohin er mich wohl bringt ok 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 Was immer sich hier für ein Gewürm rumtreibt, es hat sich einen ungewöhnlichen Lagerplatz gesucht. Die Kreatur benutzt Werkzeug, also ist sie vernunftbegabt. Oder einfach sehr schlau. Menschenschädel in einem magischen Kreis. Das Monster hat sie offensichtlich benutzt, um sich an diesem Ort der Macht zu stärken. Da hat jemand gekocht. Das ist ein Oberschenkelknochen von einem Kind. Das muss ein Ruftweib sein, hat die Schädel gesammelt, um die Macht hindurchzuziehen und ist vorwitzig genug geworden, um durchs Dorf zu ziehen. Ich muss die Schädel nehmen und das Ruftweib auf den Friedhof zwingen. Da kriege ich es. Das müsste es richtig ärgern. Jetzt auf dem Friedhof auf die Lauer gelegt. Da wird es nach Anbruch der Dunkelheit aufkreuzen. Was ist das da unten, Alter? Gegen das muss ich da jetzt nicht kämpfen, oder was? Cool. Was ist das denn das? Ich würde gerne sehen, was das ist. Okay, cool. Ich würde es da drüben. Ich würde einfach nur ein Bär, oder? Ich würde es da drüben. Wer einfach immer nur da sitzt und das schleicht sich alles von hinten an, ey. Dieb hat die Schädel gestohlen. Meine Schädel. Soll sich selber welche ausgraben? Da ist sie. Wie auf Stichwort. Die Schädel. Die Schädel. Die Schädel. Die Schädel. Die Schädel 어떠bar. Soll ich Sie nicht?! Dann hatte ich ihn. igen... Woom, bittch! krasser kampf da war ich jetzt so richtig gut glaube ich habe ich richtig gut gemacht den kampf ein bisschen stolz auf mich da war jetzt richtig gut glaube ich kind ist natürlich tot meister hexa ich bin wegen des auftrags hier und alles geritzt ein gruftweib hat die gräber aufgewühlt und sich das kind geschnappt ach so wie geht's dem kleinen denn das kind ist tot was dachte ich mir was ist mit meiner belohnung die habe ich natürlich nicht vergessen hier bitte vielen dank für deine hilfe bis dann wieder 216 erfahrung sehr gut dann haben wir noch ein hexa auftrag der in unserer wagenweite ist sag ich mal mit level zwölf gucken wir uns das mal an so